So, guten Morgen zusammen. Ihr seht schon, jetzt habe ich auch wieder mein anderes Emote bekommen, beziehungsweise die Emoticon. Wie haben wir das Ganze gemacht? Ich gehe ganz kurz nochmal schnell auf diese Seite, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Denn ihr habt ja immer noch die Chance, alle zu bekommen. Ihr seht schon, gestern mussten wir 100 Schaden machen bei einem Gegner. Habe ich insgesamt 24 Mal gemacht, aber klar, wegen den Aufgaben hauptsächlich. Am ersten Tag haben wir ja Hauhase bekommen. Gestern dann Rooks Augenrollen. Heute bekommen wir dann Verschwitzter Johnny C. Also ist eigentlich recht nice, aber wir sind ehrlich, wie oft benutzen wir die Dinger? Gefühlt nie. Ich sage jetzt ehrlich, am Anfang, wo Fortnite rauskam, hat man es noch benutzt. Dann, wo die OG Sachen kamen, auch noch, beziehungsweise wo es OG wurde, aber mehr eigentlich auch wieder nicht. Also ich wollte nur sagen, Emoticon ist jetzt da. Holt es euch ab, wenn ihr kurz reingeht. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag und haut herein.